hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge disney epic quest ja gehen wir mal hier rein wir haben jetzt hier unseren daily award bekommen warpticket keine ahnung was man dann so anfangen kann ich jetzt erstmal hier wieder in diesen story modus sein und dann machen wir mal einfach chapter 2 mission 6 race so team power 282 kann ich jetzt eins mit hinzufügen 100 gems habe ich leider noch nicht also geht leider noch nie so ganz recommended 216 das habe ich ja also kann ich auch loslegen gott bin ich noch schwach gott bin ich noch schwach na gut also schauen wir mal so jetzt nehmen wir mal wieder los ich wechsle gleich wieder zurück und dann schauen wir mal was wir hier mit dem machen kann der komische äffchen wo ich muss aufpassen ich nicht hier oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ja ich mich jetzt haben wir den mal endlich den frack voll hier so weg mit denen ich brauche noch hier noch eine kleine äffchen sind ja noch einfach so was haben wir jetzt hier die komischen schlangen wieder sind auch noch einfach jetzt kommt da wieder dieser große so die habe ich schon mal weg die schlange ist nicht so stark jetzt nehme ich mal wieder so ein rein so die habe ich alle besiegt nur alleine mit racket wolf der ist auch relativ stark jawohl weiter geht's im mission story modus mit drei sternen klärt alle level ab also jetzt muss ich mal gucken wenn alle ein level ab haben easy normal und hier habe ich nur rewards das kann ich noch claimen noch mehr rewards ist noch was da team dann schauen wir doch mal beim team was ich jetzt hier machen kann immer bei ihm mal wieder rein info rank ab geht das 20.000 kostet das habe ich immer noch nicht ich habe noch keine 20.000 kann ich hier irgendwo was machen attacke da kann ich doch wieder was mal ein upgrade oder giant fist das kostet auch 20.000 holi so wird kann ich nie unlock 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 das kann ich an da kann ich einen unlock machen das kostet 10.000 das ist das das klingt eigentlich echt gut aber da fehlt mir das material dazu so wie es aussieht das heißt ich kann das wohl auch wieder nicht machen kann ich hier upgraden 50.000 kann ich auch nicht machen wie sieht es denn hier mit aus auch da ist ein upgrade nicht drin aber wenn hier steht wenn das doch hier zum anklicken ist das geht nicht nur jemand mit ja geht nicht also ok sorry wenn ich jetzt hier so ein paar sachen durch klicke also wenn der eine oder andere sich an den kopf greift und sagt alter meine fresse der herr gleich der checkt mal wieder gar nix hier bitte verzeiht mir dann sorry ist mir leider aber ich versuche hier erstmal so ein bisschen durchzublicken so hier mein upgrade ok das geht alles noch nicht also ich kann da momentan noch nix machen und deswegen geht denn hier wenigstens rank ab 85.000 ok also bringt mir alles im moment überhaupt nix hier gibt es noch items consumable materials was kann ich denn damit machen wenn ich die jetzt verkaufe was bringt mir das ok ich verkaufe da jetzt mal nix ich habe keine im shop gibt es bestimmt wieder gibt es bestimmt wieder eine freie box genau gehen wir mal da rein gucken wir heute raus bekommen ja lass uns mal schauen doch noch mal nix ich habe ich bekomme ich habe dann bekommen ich liebe donald donald dac wie geil ich habe dann bekommen mega 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 nice what 89 euro 120 energy consumables gibt es hier auch irgendwas ok ja da check ich alles noch nicht so richtig aber da komme ich auch noch dahinter jetzt habe ich tatsächlich donald dac und das ist aber jetzt nicht donald dac anstelle von mickey maus ich müsste eigentlich donald dac mal ausprobieren oder was er so kann mit schon sagen oder nicht lassen es den mal hier ausprobieren hier kann ich einfach upgraden alles dann bin ich ungefähr auf dem gleichen level wie die anderen nein muss 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 das geht noch einfach das geht wieder nicht ja das geht auch so hier kann ich bestimmt auch wieder einfach upgraden oder nicht was 50 das kostet auch wieder alles 50 ok wir probieren jetzt einfach mal donald dac anstelle von mickey maus aus mal einfach mal checken was er so kann jetzt muss ich den anklicken use und anstelle von mickey oder nein komm doch 294 team power what bin ich den hier 315 dadurch mache ich mein team schwächer was wenn ich ein was man nicht den macht das einen unterschied ich kann auswählen wer am anfang da ist oder was ok jetzt pass auf was passiert wenn ich jetzt den anstelle von der da benutze 315 das gleiche ehrlich macht keinen unterschied 315 anstelle von der 315 anstelle von mickey maus donald anstelle von mickey maus 266 leg mich am arsch mickey maus ist hiermit am stärksten oder was aber pass auf der mama donald dac jetzt anstelle von die news anstelle von so jetzt probieren wir es einfach aus wir schauen jetzt einfach mal was passiert jetzt wo ich aber am besten doch ich jetzt einfach mal den so durch weil dann können wir mal schauen was da so am start ist also jetzt donald dac endlich auch mit am start secret of monkey island mega geil ja spiel von lucas arts adventure spiel damals gewesen secret of monkey island also wer so einfach mal ein bisschen richtig richtig fun haben will jetzt probiere ich den mal aus was der so kann ich habe null plan und bin glaube ich jetzt auch schon gleich tot mit ihm ja also das lief jetzt nicht so gut alle falle was ist denn das jetzt hier was passiert hier kann holy shit das ding habe ich schon weg so jetzt muss ich mir erst mal wieder ein bisschen hoch ein ja ist ja gut so jetzt muss man auch noch mal hier nicht den affen ja so du bist nämlich jetzt platt das ding da weg hier jetzt ist die alarmglocke nämlich fort so und die sind jetzt alle schon gleich fertig so kritiker jetzt müssen wir schon wieder hoch ein alter verletzt kommt das da wieder das mal der hoch alle auf einschlag das mal schön aufpassen ja ist ja gut ist ja gut ist ja gut ist ja gut neuer leben leute es geht mit euch richtig rabats machen richtig rabats machen kommen noch einmal hier in dem noch mal auf frack hauen dann habe ich es wahrscheinlich geschafft ja 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 also donald duck war jetzt keiner ja da hat nicht lange so racket war für krieg ich nur zwei sterne na scheiße weil doch einen tag verreckt ist man dann gleich wieder rausnehmen oder ich muss ich glaube ich nehme den gleich wieder raus ich nehme mir ins team jetzt nämlich nämlich komm ich lassen mal drin vielleicht kann er ja doch noch irgendwas wir probieren ihn jetzt einfach mal aus und dann gucken wir mal wie es weitergeht vielleicht kann er ja so die letzten angriffe machen oder sowas das heißt ich ob jetzt noch mal wie war das jetzt da hinkommen ich glaube das ist in der mitte ist der der am anfang kämpft oder ok gehen wir noch auf form dann machen wir die nächste story crossbones mission b battle 4 schauen wir mal da rein so was ist das für eine attacke ja gut also ich muss jetzt gleich ich muss gleich zurück ok leute jetzt habt ihr ein problem weil jetzt kommt jetzt machen wir hier mal schön die truhe kaputt schön die truhe luten wunderbar so in der zwischenzeit ich nehme schon mal eine kirche ich nehme schon mal eine kirche weil so jetzt mal die erste truhe gelootet was da drin skill is on cooldown so alles klar da geht das wieder los geht das wieder los soll erstmal die eine truhe da weg also nicht die eine truhe sondern wenn man jetzt erstmal den den einen alarmturm weg das muss natürlich auch gleich der nächste alarmturm der vater edu ist mir ganz schön auf die nerven kollege so geht das hier nicht so habe ich aber nicht mit dir gewettet freundchen kollege wenn so nicht ich mach dich jetzt kaputt so wenn du das überlebt weil ich auch nicht mehr jetzt ich halte mich jetzt erst mal ich chill jetzt mal mein leben und wird jetzt erstmal zu sehen da ist noch ein paar leben mit hin zu bekommen weil so geht es nicht und so geht es nicht da habe ich schon mal wieder jetzt eine kirche die brauche ich mir jetzt auch noch ein also erstmal die truhe gelootet so kollege es gibt es richtig frack hier das nächste ding hier ja ist ja gut ja komm heul doch rum heul rum kommen die scheißschlangen kann ich gleich das ding kaputt machen so und jetzt bei natürlich die schlange und das ding kaputt so das war ein trick trick baby träge 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 schlange macht ich kaputt ich mache ich kaputt alte ist keine schosse es gibt erst mal kriegen erstmal die ganzen affen hier wieder eins auf dem frack und noch mal richtig so jetzt noch mal hier mit rüber noch mal mit dem hier ja 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 noch mal schnell die zwei dinge reingepfiffen und jetzt hier dem zum letzten finalen schlag die nächste kirche wieder reingepfiffen jetzt kann man die truhe auch noch kaputt machen dann haben wir das glaube ich geschafft hier würde ich mal sagen ich glaube alle gegner sind tot alle tun sind tot alles ist tot mein donald duck lebt noch der kann ja mal gar nix der ist wirklich also donald baby sorry aber du bist ich finde dich nicht gut du kommst du bist ausgetauscht du kommst jetzt aus dem team wieder raus so gern ich dich mag donald aber nee das ist nichts das ist wirklich nichts also ich habe mich so gefreut jetzt dass ich donald habe nun dann sowas also sorry aber nee nee das ist nicht gut und donald ist nicht gut also ich finde nicht gut vielleicht verstehe ich es auch nicht so also dafür nehme ich jetzt wieder die da rein und donald fliegt wieder raus sorry donald tut mir leid baby das war nix also da gehen wir mal hier oben rein gehen wir nicht in den shops sondern dann gehen wir mal auf home und dann habe ich hier was mir jetzt mal mit den rewards angucken was muss ich denn eigentlich alles machen wie krieg ich denn sowas hier wie krieg ich denn sowas hier wie krieg ich denn sowas hier 1 showdown mission und defeat 30 enemies send one social point was ist eine ressource mission daily mission da bin ich wieder zu schwach 468 so das vergessen so showdown unlocked level 5 ok dass das kann ich alles noch nicht stellen die mission kann ich noch nicht bin ich noch zu schwach pvp arena bin ich wahrscheinlich schon zu schwach oder noch zu schwach geht auch nicht kommings so nach geht noch gar nicht corporate level 10 ok ich muss erstmal hier weitermachen leute es geht nicht anders ich muss erstmal hier weitermachen weil es hier swash buckling und dann schauen wir mal wie es alles insgesamt weiter geht ich bin halt doch am anfang und wir gucken mal auf jeden fall mega bockig das spiel so was habe ich jetzt was war jetzt die aufgabe der fiedelite chim chimps oder das andere der fit all enemies ja wer hätte das gedacht so kommt oh mein gott ja kommt 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 leute kommt leute kommt leute kommt kommt was geht mir das gleich erstmal hier richtig durch wenn man einen anderen an eine weggewecke weg alt 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 ich kann mich nicht bewegen los aber sowas nicht alles kaputt machen so jetzt hier nervt mich jetzt schon okay alles klar ihr wollt es nicht anders das muss man die kirchen reinfalten ich muss also die kirchen reinfalten leute das ist nicht ich mache hier alles mit record 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 ist genial ich schaue ich schaue ich kaputt der macht mir macht mir zu viel schaden die schlange macht schaden schaden so ja so ich muss jetzt erst mal mich hoch einmal so langsam sicher kommen ihr leben wieder mit uns zu uns gelten und okay noch mal da kommt schon wieder so scheiß schlange ich lass die schlange schau dir jetzt auch richtig schön so die ist tot so ich muss mich weiter hoch halten weil sonst überlebe ich die nächste wille nicht noch mal neun kommen da kommen schon älfchen doch ich alter umläuft in der zeit mit ist mir noch gar nicht aufgefallen das schon gesehen umste zeit zwei minuten 55 habe ich derzeit muss ich das jetzt hier schaffen ja dann haben wir da mal richtig schreien jetzt hier oder kommen baby mein racket ralf oh mein racket ralf oh holy doch der findest wo ich bin TOP du spinnst wo so ist es jetzt mit der da noch schaffen kann doch nix glaube ich weiß ich nicht oh mein gott mickey alter mickey holy shit mickey es geht mickey mickey alter mickey geht ab wie eine rakete was ist mit mickey los hier alter mickey hat's allein hey 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 mickey mouse what the hell is going on with mickey mouse mickey mouse geht hier ab wie zäpfchen hier was ist das eigentlich schnell die tot waren was mit mickey los mickey mouse guck dir das an das ist ja noch mal krasser als record hier halte ich mal ein bisschen hoch ist das alles das bisschen so nicht viel kollege noch mehr ist nicht viel jetzt kommt die scheiße noch da mach das weg hier mickey maus ist ja echt übel jesus maria und josef die mickey mom alter was ist mit der mickey mouse los ich bin geflasht da denke ich die ganze zeit rocket wolf ist da ist ja mickey maus ist ja ist ja übelst meine güte ist die brutal mega mission 10 jetzt müssen wir mal gucken sind wir jetzt ist jetzt beim nächsten oder in chapter 2 mission 10 bombs away 555 ja das machen wir jetzt auch noch klar logisch ist hier chapter 2 so aber mickey maus also wenn der racket wolf da nicht das ist ja mein lieber defeat all enemies ok so jetzt haben wir die erstmal weg hier ich kenne hier keine gnade mehr ihr kriegt jetzt so den frack voll ehrlich warm so diesen schmal ort das ging aber jetzt schnell das hat aber jetzt record schnell gemacht jetzt bestehen aber sehen ich glaube dazu nehme ich wahrscheinlich tatsächlich am besten ich sehe jetzt gar nicht wie viele leben mein racket wolf hat wie viel leben hat denn da rum jetzt erstmal die kirchen rein pfeifen heute ich 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 also record ralf hat jetzt den da schon fast alleine fertig holy shit was los ich hab's geschafft mit racket ralf alleine defeat blimpchimp victory ja man mega geil first try look that flying monkey dropped something is it a medal better yet is it treasure it's a fragment of the krypton key if we find all three pieces of the key it will help restore the section of the motherboard let's keep going cleared so gab es wieder zehn gems dafür rewards habe ich jetzt habe ich noch irgendwas mit hinzu bekommen habe ich nicht natürlich natürlich nicht so zehn ein tag 18 stunden remaining time until reset weekly rewards daily achievements da habe ich ja guck mal was ich da alles habe claim 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 da habe ich ja so viel inzwischen da kann ich doch welche aufleveln doch mal da ich hab doch ich kann doch jetzt aufleveln habe ich das jetzt richtig gesehen wie viel habe ich jetzt habe ich 46.000 da kann ich doch jetzt kann ich doch was damit anfangen oder nicht so jetzt erstmal gucken wir gehen wir hier auf info jetzt müsste ich doch damit upgraden können 20.000 genau physical digital attack genau so jetzt kommen wir da mal rein ich benutze den ja zum großteil und auch das kann ich aufleveln ja ist doch geil oder nicht so nice 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 aber das hätte ich vielleicht besser so gemacht ich weiß nicht so also ja leute wenn euch das was ist das euro okay wenn es euch gefallen hat dann lasst doch mal einen daumen nach oben da schreibt was die kommentare aber nicht den kanal und schreibt es mal wieder ein wenn es wieder heißt disney epic quest mit mir dann gleich auf rein macht's gut bis dann und tschüss